Musik Hi, ich bin die Carrie und ich bin Taucherin. Und ich möchte euch heute einfach erzählen, warum ich zum Tauchen begonnen habe. Ich fand das Tauchen oder beziehungsweise unter Wasserwald immer schon faszinierend. Ich wollte immer schon wissen, wie farbenprächtig die Korallenwelt ist, welche Franks gibt unter Wasser. Und dann habe ich mich halt eines Tages entschieden, dass ich es einfach mal ausprobiere. Und dann hat es mir so gut gefallen, dass ich nach dem Open Water gleich weitergemacht habe und der Papier zu Open Water. Ja, und dann war ich in den verschiedensten Ländern, habe verschiedenste Meere kennengelernt, Länderkulturen. Und das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich habe die Frage, warum Gausch sind, die zu Booten in Mexiko. Und war einfach ein super cooles Willen. Und mittlerweile mache ich meine Ausbildung zum System Instructor. Warum macht ihr das? Ich finde es total spannend, anderen Leuten einfach die Unterwasserwelt zu zeigen, wie sie sich unter Wasser bewegen können. Und genau dasselbe Abenteuer erleben wie ich. Und es macht einfach so viel Spaß, Leuten einfach das Tauchen zu lernen. Und meine Ausbildung mache ich gerade bei der VF-Konline. Warum bei der VF-Konline? Weil es mir total wichtig war, dass ich einfach einen persönlichen Betrug zu meinen Ausbildern mache. Und es ist einfach eine Big Family und ich bin einfach super happy. Kommt zu Dive Company, wir freuen uns auf euch. Kommt zu uns. Bei uns lernen wir tauchen. Dive Company, wir machen blau. Dive Company, wir machen blau.